Bevor das eigentliche Video beginnt, noch einmal der ganz kurze Hinweis an dieser Stelle, dass dieser YouTube-Kanal hier nur mit eurer aktiven Unterstützung fortgeführt werden kann. Und zwar im Klartext mit einem völlig kostenfreien Abonnement dieses YouTube-Kanals und auch einem bescheidenen Klick auf die Glocke. Auf diese Weise verpasst ihr kein zukünftiges Video von mir und ich kann weiterhin absolut unabhängige Inhalte mit euch teilen. Ganz genau. Und jetzt geht es los mit dem eigentlichen Video. Hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, wenn man sich in den einschlägigen Kreisen so umhört, namentlich den Anlegerkreisen, dann ist der allgemeine Tenor beim Thema Gold tatsächlich negativ. Denn noch vor einem Jahr, da waren die hochgelobten Analysten überaus optimistisch, was die Einschätzung des Goldpreises für das Jahr 2023 betrifft, also für das laufende Jahr 2023, ja, nämlich mit Prognosen irgendwo zwischen 2.500 und 4.000 US-Dollar pro Unze. Nun war aber die tatsächliche Goldpreisentwicklung in diesem Jahr insofern wirklich ernüchternd, als die vor allem auch psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar einfach nicht nachhaltig überwunden werden konnte und bis zum heutigen Tag hart umkämpft ist. Immerhin wurde dann aber mit, ja, auf Euro-Basis mit annähernd 1.900 Euro Ende Oktober ein neues Allzeithoch erreicht. Ganz allzu schlecht war dieses Jahr 2023 dann also doch nicht beim Goldpreis, bei der Entwicklung des Goldpreises. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, das ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die aktuellen Goldpreise noch immer ein echtes Geschenk für jeden langfristig orientierten Anleger sind. Ja, weil das Gold nämlich fundamental betrachtet unter seinem inneren Wert gehandelt wird. Und das ist im Grunde genommen auch immer dann der Fall, wenn es den Menschen im Großen und Ganzen gut geht, respektive wenn die Rohstoff- und Finanzmärkte einigermaßen funktionieren. Denn erinnern wir uns allein an die Tatsache, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin für eine einzige physische Unze-Gold nach heutiger Kaufkraft über 30.000 Euro bezahlt wurden. Ja, das muss man sich wirklich einmal vorstellen. Das hat unter anderem der renommierte Geologe Prof. Dr. Dr. Heinrich Quiering selbst miterlebt und er hat es auch für die Nachwelt dokumentiert. Jedenfalls ist das ein sehr gutes Beispiel, möchte ich meinen. Ja, es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was physisches Gold wirklich wert ist, wenn nämlich die Grundlage die Realwirtschaft ist sozusagen. Wenn also die verbrieften Ansprüche auf Gold im Prinzip wertlos werden, ja, oder wenn sie wegfallen, wie auch immer. Und wenn gegenwärtig auf eine einzige physische Unze-Gold ungefähr 130 verbriefte Ansprüche kommen, ja, dann bekommt man meines Erachtens auch schon eine ganz gute Vorstellung davon, was Gold für ein enormes Potenzial hat. Aber lassen wir relativ kurzfristige Krisenzeiten einmal außen vor und betrachten wir den Goldpreis langfristig. Ja, in den letzten 50 Jahren, seit der Goldpreis nicht mehr fixiert ist, ist der Goldpreis bis heute um ungefähr 8% jährlich gestiegen. Und diese 8% kann man grundsätzlich auch für 10 Jahreszeiträume annehmen. Man kann sie erwarten, zugrunde legen, wobei interessanterweise auch die Gesamtförderkosten pro und zu Gold, ja, die sogenannten All-in-Sustaining-Costs, ja, dass diese Kosten auch um rund 8% jährlich steigen langfristig. Demnach sollte der Goldpreis also bereits in den nächsten 10 Jahren bei mindestens über 4.000 US-Dollar pro und zu Gold liegen und, ja, und das ist wirklich wichtig und das ohne, dass man sich irgendwelche Sorgen machen muss. Man muss einfach nur physisches Gold kaufen und es liegen lassen. Und was ist dann genau der Grund, jetzt bei unter 2.000 US-Dollar kein Gold zu kaufen? Ja, es sei denn, man ist gierig nach Rendite, aber dann hat man das Gold auch ganz einfach nicht verstanden. Es ist eben wirklich so, dass viele Menschen überschätzen, was in einem Jahr geschehen kann und dass sie eben unterschätzen, was in 10 Jahren möglich ist. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden viele Menschen in 10 Jahren zurückblicken, ja, vielleicht sogar dieses Video hier schauen und sie werden es bereuen, genau jetzt kein Gold derart kostengünstig gekauft zu haben. Ja, aber wohlbemerkt, alles in diesem Videobeitrag Gesagte ist keine Empfehlung, egal welcher Acht. Das sollte man in Deutschland ja immer dazu sagen. Alles Wesentliche zu Gold, aber auch zu Silber, Platin und Palladium, also auch zu den Platinmetallen als Wertanlagen, das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Ja, wo auch sonst. Einstweilen, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt, wie gesagt, völlig kostenfrei diesen YouTube-Kanal. Das ist, ich habe es schon dreimal gesagt jetzt, das ist das dritte Mal, völlig kostenfrei, hilft mir sehr weiter und falls ihr es noch nicht getan habt, gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euch alles erdenklich Gute, habt eine tolle Zeit, auf bald! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.